Wie fühlen Sie sich jetzt, nachdem Sie den ersten Platz bekommen haben? Ich fühle mich super. Ich habe einfach nicht gedacht, dass ich hier den ersten Platz komme. Ich fühle mich super. Okay, und wie haben Sie sich dafür vorbereitet bzw. mit wem? Ich habe mich dafür eigentlich nicht vorbereitet. Das war einfach Können, glaube ich. Ich habe mich auch nicht vorbereitet. Vielen Dank.